Der Kampf um die Realität endet hier und jetzt. Alles in der Schleife ist weg. Einfach weg. Es darf nicht noch eine Welt enden. Wir müssen siegen. Unter uns, dieser Meck ist unsere einzige Hoffnung. Du hältst mich wahrscheinlich für naiv, weil ich das Gute im Paradigma sehe. Die Wahrheit ist, ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Gar nicht. Aber ich stehe hinter den Zielen der Sieben. Ich bin schließlich hier, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist soweit. Die Season ist zu Ende und in ein paar Stunden fängt der neue Season an. Du bist genau richtig hier. Denn du kannst genau 1000 V-Bucks oder auch den Battle Pass bei mir gewinnen. Der Gewinner von letzten Monat, einmal hier vorgezeigt, hat sich von mir den Battle Pass gewünscht. Wie du gewinnen kannst, werde ich dir mit diesem Video zeigen. Los geht's und viel Spaß. So, wie kann man gewinnen? Ganz einfach. Abonnier diesen Kanal. Lass ein Like da, wenn ich ein Video hochlade. Aktiviere meinen Creator Code IRB und zu guter Letzt schreibe jedes Mal in den Kommentar deinen Epic Name, damit ich weiß, dass du dabei bist. Wenn du das alles gemacht hast, werde ich dich am Ende des Monats informieren und dir 1000 V-Bucks verschenken. Viel Glück und sei immer dabei. Bis zum nächsten Mal.